Jetzt bin ich hier noch mal in der Kaosun Road, weil hier der Bus abfährt nach Kutau und jetzt stehe ich aber noch mal hier vor einem Insektenanbieter und ich habe gesehen, da muss man einfach 10 Baht bezahlen, dann kann man auch Filme oder Fotos wie auch immer machen und das habe ich jetzt gemacht, weil einfach ich euch das mal zeigen wollte, wie das aussieht, weil letztes Mal war das ja nur so halb irgendwie und jetzt gehen wir hier noch mal richtig drüber, was sie hier so im Angebot haben. Also hier vorne sind zum einen so Riesenkäfer, dann hier die Spinnen, wenn man die nur sieht, hat man schon Angst, dass die einen irgendwie angreift. Sieht aus wie Heuschrecken. Skorpione am Spieß, Maden, was ist das hier noch so alles? Das erkennt man hier gar nicht. Welche Echsen sind das? Das sind so, ich weiß es gar nicht, Fliegenkäfer, irgend so was in der Art. Und hier sieht man das noch mal richtig. Unglaublich. Ich könnte mir echt nicht vorstellen, da jetzt irgendwie anzubeißen und also auch in diese Spinne da irgendwie jetzt am Punkt zu knabbern. Ich meine, im Düngecamp, die haben es ja bewiesen, dass es geht. Also nochmal alle Achtung davor, die Spinne war jetzt sogar lebendig. Also da habe ich echt meinen Hut gezogen. Das hätte ich definitiv nicht hingekriegt, als Tanja das gemacht hat. Unglaublich. Aber auch jetzt hier so geröstet. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich gucke mal, ob hier noch jemand anhält, der hier tatsächlich mal dran rumknabbert und dann würde ich gerne mal wissen, wie das schmeckt. Also ich habe gehört, die Spinne soll irgendwie nussig schmecken. Beziehungsweise auch Maden sollen ja so ein bisschen nussig schmecken. Aber ich muss ehrlich sagen, ich kneife leider. Ich kann das nicht. Also ich allein noch die ganzen Gebeine sehe, dann wird es mir ganz anders. Und aber interessant, das auf jeden Fall hier mal gesehen zu haben. Und ja. Unglaublich. So, jetzt kommen schon die nächsten, die ein Foto machen wollen. Ich glaube, die verdient auch hier Hauptgeld damit. Mit Fotos einfach. Und ich glaube, sie verkauft davon gar nichts. Das heißt, die wenigsten wirklich essen. Ich glaube, die meisten machen wirklich einfach nur Fotos. Do you try this now? Oh, really? Can I take some? Yeah, really? How does it taste? Good, no? No, I can't, no. Jetzt habe ich hier tatsächlich jemanden getroffen, die es probieren wollen. What would you like to try? Das sind die Chenille. How many? Tatsache, ich werde hier erst essen. 1? Only 1, 10 Baht. 1, 10 Baht. 1, 10 Baht. Also eine Made kostet 10 Baht. 2. Okay, ich nehme jetzt hier 2. And what's about that one? Oh, ein Speider. Oh, nein. Have you tried it? No. Have you already? Okay. How many? 10. 10. 10. Sehr gut. Jetzt haben wir hier sogar welche getroffen, die das tatsächlich essen. Aber ich glaube, Made ist gar nicht so spektakulär. Aber auf jeden Fall, wir werden es jetzt gleich essen. Und da sind wir schon ganz gespannt drauf. Das ist gut? Okay. How does it taste? Okay. Crunchy, glaube ich. Ja, das ist gut. Also ein Speicher. Ja, vai. I'll take the photo, ich paye die. Gut, gut. Sehr gut. Du magst das? Ja. Ja, wie ist das? Aber ich habe den Kambadou. Was hast du gemacht? Oh Gott. Mit der Made. Und noch eins. Das muss ja passen. Wie schmeckt es? Wie schmeckt es? Wie schmeckt es? Chips. Chips? Chips. Okay. Chips. Okay. So, try five. Wow. Das ist gut. Warum? Ja. Warum? Es ist nicht schlecht. Okay. Okay. So, es ist gut. Let's see. And do you try maybe another one now? Maybe the spider? No. Maybe. 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 Thanks for coming today. Bye. Also eine Tüte. Kostet 50 Baht. Aber das ist doch echt mal Ungeziefervernichtung hier, ne? Dass werden die einfach gegessen. Ich nehme jetzt wirklich eine ganze Tüte. Oh mein Gott. Ein bisschen Sojasauce oder was das ist, ein bisschen Salz und Pfeffer. Oh Gott, das ist sie jetzt wirklich, ich bin beeindruckend. Also sie verkauft das hier tatsächlich, nicht nur für Fotos. Und noch eins, ah ok. Oh ok. No, sorry, no, I can't really, I can't. But very nice. So, dann sollte ich das mal speck gelassen, ok. Gut, dann guten Appetit. Guten Appetit. Jetzt sind hier auf einmal einige in Probierfreude gekommen und probieren das. Oh ja, du hast es gemacht. Just show me. Okay. Okay. But what is that? Oh God. Oh God. Honey, what is this? And do you eat it now? Okay. Oh, is it a grasshopper? Maybe. Maybe. It looks like, yes. It's a bowl. Okay, so eat it. Oh wow, yes. Yes, it is. It's very delicious, really. How does it taste? How does it taste? Like what? It's very soft. And how? What? Delicious. Yes. Like a shrimp. Like a shrimp. Like a shrimp, really. Okay, but it doesn't look like it. It looks a little bit terrible. I know. Can you try? Oh no, I can't. You don't care. Okay, leave it. Leave it. Oh fuck. Leave it. Oh no. I'm scared. Oh no. I'm scared. Okay. Okay. One, two, three, go yay. One, two, three, go yay. Ah. Ah. How about all? Good. Good. Ah. Yeah. Oh lovely. It's only scary because you know what it is. But it's tasty. Hello. Ah. Oh god. You should close your eyes and feel. E? There. Ah. Ah. Pui. Zu wissen, ob man gerade ein Grashüpfer oder was das, ah, gegessen hat. Ist echt eklig. Ich fühl mich gerade ein bisschen wie im Dschungelcamp. Aber... Oh god. Oh god. Oh god. Okay. 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 Ja. Jetzt mach ich auf jeden Fall ein Bier irgendwie, um es wegzuspülen. Oh do you also try? Okay. Yeah. Wow. Can you show me? Wow. And that is a big one I think. So that's a video camera, is it? Yes, that's a camera. It's tiny. Yes. But it's... What's your name by the way? Brad. Brad. Okay. So it's like... It's action cam. High quality. Action cam. You put it on your bike helmet. Yes. Okay. Here we go. Alright. So... Ready? Yeah. Ready to go? Ready to eat? Oh wow. Oh wow. Wow. He lässt sich auch noch Zeit damit. Just that look. That look. Nice. Yeah. It's alright? Good? It's okay. Yeah, it tastes good. So it tastes like barbecue chips. Maybe. Yes. But it's... Yeah, I mean the texture is okay. I guess it's the smelling and looking good. Yes, of course. Yeah, yeah. But I guess if you go out eating this stuff. If you don't know what you eat, that would be fine. But so... Yeah. But you know what you eat. So that's a little bit scary. Mmm. Your mouth. Check that. Check that. Oh wow. And what do you think about the spider? Would you also try the spider? Yes. Well, also we're gonna buy the spider. Would you like to try? No? Okay. I never tried them. Okay. Okay. That's enough. Okay. Oh. Oh. Wow. 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 Yeah, man man. Don't you get that? He flisst aus der Hand. Die Krasschupfer aus der Hand. Oh, hier sind ja noch einige drin. Also, da können die sich noch... Oh no. Oh yeah. Okay. But not for me. Ja, die sehen echt... Das ist echt... Ja. Oh mein Gott. Also eine verrückte Erfahrung hier, aber gut das mal probiert zu haben. Aber er lässt sich hier wirklich füttern. Unglaublich. Also eine unglaubliche Erfahrung hier. Der Kaosan Road und ich weiß gar nicht mehr was ich sagen soll. Mir lebt der Graf schon zwar noch überall. Oh nein, nein. Oh nein, nein, nein. Oh nein, nein, nein. Nein, danke. Nein, das ist okay. Das ist genug. Wer ist von Germany? Nein, das reicht. Ja, Deutschland. Einer reicht. Einmal probiert, das reicht. Das ist völlig ausreichend. Aber wir werden alle gefüttert. Aber jetzt mache ich auch aus hier. Ich gehe nämlich gleich los. War auf jeden Fall großartig das jetzt nochmal hier. Also tschüss!